Ups, ich denke, ich habe fast in einem Schwarte geendet. Das war auf dem Video auch drauf. Den sieht man auch gut. Vielleicht in Orange wäre es besser, aber so geht es auch. So ganz hoch wie lang nicht. Wenn man ihn langsam fliegt, ist er ja nicht ganz so laut. Ich wollte halt auch zeigen, was er noch so ist. Ich wollte halt auch zeigen, was er noch so ist. Ich wollte halt auch sagen, was er genau so ist. Ich wollte halt auch sagen, was er ist. So geht es um den Löffel. So geht es um den Löffel. Und um den Löffel zu machen. So geht es um den Löffel zu machen. So geht es um den Löffel zu machen. So, jetzt würde ich ihn dann... Ich glaube, ich brauche eine andere Luftschraube. So, jetzt... Boah, halt ihr noch. Kommt da gut aus den Budeln raus. Und jetztrollen wir alle Lachen zum Aufmerksamur. Kommt da gut aus den Behördlich. Kommt da gut aus den Blick. Kommt da gut aus den Betten ab. Kommt da gut aus. Kommt da gut aus. So flog er ungefähr mit dem Originalmotor bei Volga. Das ist natürlich dann auch nichts. Wenn ich Messer flog könnte, dann würde ich ihn jetzt vorführen, aber vielleicht nächstes Jahr. Die Maschine kann es bestimmt, bloß der Pilot noch nicht. Komm. Gut, jetzt habe ich noch ein 8x4 Propellergrad. Das ist jetzt ein 6x5,5. Das ist jetzt ein langsamer Vorbeiflug. Langsamer Vorbeiflug, bis da jemanden im Schädel steckt. Das Fahrwerk ging gleich schön. Beim Jungfernflug ab. Das ist eine schlechte Konstruktion, aber ohne Fahrwerk fliegt er auch sehr gut. Ich finde, hier würde man ihn dann auch schlecht landen können im hohen Gras. Dann würde ich mal für die Kamera landen. dann wäre dasな. Und jetzt geht es weiter. family. Ups.